Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Elite Dangerous Episode 3 und diesmal werde ich euch zeigen, wie ihr wirklich Geld verdienen könnt zum Anfang der Spiele bzw. der Beta. Ich weiß nicht, ob sie es später noch verändern werden. Steht in den Sternen. Ich prüße auch ganz herzlich die Eva. Hallo Eva. Hallo Captain. Ja, Fuchs war es ganz wichtig, dass ich die Eva begrüße am Anfang. Er sagt, sie fühlt sich sonst so ausgegrenzt irgendwie. Und dem Fuchs müssen wir natürlich auch eine gute Besserung wünschen. Eva. Was kann ich für dich tun, Captain? Wünsch dem Fuchs eine gute Besserung. Hey Fuchs, wir sehen uns in der Hölle. Da hasches Fuchs. Zurück zum Spiel. Wir waren letztes Mal nicht besonders erfolgreich. Wir wollten einfach ein bisschen Gold sammeln, aber es hat nicht geklappt, weil wir nirgends Gold gefunden haben. Aber, wie ihr seht, habe ich inzwischen 18 bzw. eigentlich fast 19.000 Credits. Das heißt, ich habe es rausgefunden. Ich habe Gold gefunden. Und ich würde euch gerne erzählen, was wir falsch gemacht haben. Aber ich kann euch nicht erzählen, was wir falsch gemacht haben, weil wir nichts falsch gemacht haben. Wir hatten einfach nur Pech. Das war das ganze Malheur. Und zwar bin ich davon ausgegangen, dass bei jedem unidentifizierten Signal quasi Gold rumliegt, das ich einfach einsammeln kann. Nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich auf so einen blöden Gedanken kommen bin überhaupt. Ich bin danach noch ein paar Signale angeflogen und habe dabei festgestellt, oh, ich kann ja einfach unten auf meinen Radar gucken, ob da quasi Gold erscheint oder nicht. Und falls keins erscheint, fliegen wir einfach schnell weiter. Und falls welches erscheint, dann fliegen wir nicht weiter, sondern sammeln das ein. Und genau das habe ich getan. Und schwupp, mit vier Ladungen Gold zurückgeflogen, hier zu Freeport abgegeben und 19.000 Credits kassiert. Natürlich Munition aufgefüllt und getankt. Wir wollen ja nicht irgendwie unterwegs stehen bleiben. Oh, da kommt ein Schiff rein. Oh, was macht er? Go away, Bulli! Okay, und wir gehen raus. Komm schon. Komm schon. Ein bisschen höher vielleicht. Ein bisschen höher vielleicht. Ein bisschen weiter runter vielleicht. Nice and easy. Landehilfe deaktivieren. Fahrwerk wird eingefahren. Easy peasy. Das heißt, ich werde euch jetzt in diesem Video zeigen, wie ihr erfolgreich Gold einsammelt. Bis es soweit kommt, ich werde jetzt wieder nicht jede unidentifizierte Signal anfliegen, sondern ich schneide das Video einfach zusammen. Das heißt, ich suche mir jetzt ein paar Signale raus und wenn ich dann eins gefunden habe, wo tatsächlich Gold im Weltraum rumschwebt, werde ich euch das dann zeigen und wie man das einsammelt und wie man es verkauft. Weil man verkauft es nämlich nicht einfach auf dem Markt, sondern man muss es auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Und wie man das macht, zeige ich euch dann auch noch. Von daher würde ich sagen... Moment. Wir suchen uns mal wieder ein Ziel. Letztes Mal haben wir ja den hier genommen. Sollen wir den nochmal nehmen? Ich würde sagen, ja. Oh, da geht es schon ab. Da gehen wir schon in den Supercruise. Das wollte ich eigentlich nicht, aber Wayne. Umso besser. Es ist übrigens noch was passiert, was ich erwähnen muss. Und zwar wurde das Spiel abgedatet. Ihr seht oben links Beta 1.04. Letztes Mal hatten wir noch 1.03. Bei diesem Update sind meine ganzen Einstellungen verloren gegangen. Die ganzen Tastenkürzel, die ich mir gelegt habe, alles wurde resettet. Das war ein bisschen scheiße. Ich hoffe, dass ich inzwischen alles wieder richtig eingestellt habe. Aber es kann passieren, dass irgendwas nicht funktioniert nachher. Nur, dass ihr schon mal gewarnt seid. Okay. Da ist unser Ziel. Ich fliege mal ein bisschen langsamer. Ich habe übrigens herausgefunden, dass man auch schneller fliegen kann als diese 30 km pro Sekunde. Und auch dann kommen die Signalquellen irgendwo. Und sie werden sogar eigentlich noch weiter weg angezeigt. Dass man nicht dann so schnell quasi rausfliegen muss hier aus diesem Supercruise. Ich glaube, irgendwann hieß es mal Frameshift. Inzwischen heißt es Supercruise. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob das dasselbe ist oder nicht. Aber wir werden sehen. Okay. Ich suche mal unidentifizierte Signale. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben eins gefunden. Wir fliegen raus. Sind jetzt quasi aus dem Hyperraum. Und wir haben einen neuen Kontakt. Ihr seht es oben rechts. Es muss nicht unbedingt Gold sein. Nein, es ist eine Cobra. Und genau das meine ich. Also jedes unidentifizierte Signal ist einfach wirklich ein unidentifiziertes Signal. Es kann alles sein. Es kann Gold sein. Es kann ein anderes Raumschiff sein. Es kann wirklich einfach jeder Crab sein, der hier rumschwebt im Universum. Von daher einfach wieder Supercruise aktivieren. Oh, wir sind zu nah an irgendwas dran. Aber das Radar sagt, die Cobra ist nicht bei uns, oder? Oh doch, die ist direkt bei uns. Go away. Will die uns angreifen? Ich hoffe mal nicht. Ja, und da sind wir weg. Und da peilen wir wieder unseren Planeten an. Und warten auf das nächste Signal. Oh, da ist eins. Und direkt raus aus dem Hyperraum. Aufs Radar schauen. Radar geht noch nicht. Wir haben one new contact. Wir sehen schon, es ist was gelbes. Und es fliegt ein bisschen über uns. Es ist wahrscheinlich wieder irgendein Raumschiff. Da vorne ist. Ziel anvisieren. Ziel erfasst. Oh, ein Transporter. Well, hello there. Thanks for dropping by. Okay, der nimmt sogar Kontakt mit uns auf und macht ein bisschen Smalltalk. So wie es aussieht. Sind ja sonst noch Schiffe? Vielleicht wird er überfallen. Uh. Wir könnten jetzt dem seine ganzen Systeme quasi... Boah, das ist ja interessant. Angreifen. Na. Brauchen wir nicht. Wollen wir auch gar nicht. Ich würde aber gerne mal einen anderen hier ins Target nehmen. Weil den wir die ganze Zeit hier im Target haben, das ist eine Sonne. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf, die Sonne zuzufliegen. Das blendet ein bisschen. Okay. Neues Signal suchen. Ah, da ist eins. Da ist eins. Und... Drop. So, was haben wir diesmal? Oh, wir haben weiße Gegenstände auf dem Radar. Der ist jetzt sehr gut. Bitte Gold. Koltan. Keine Ahnung, was Koltan sein soll. Aber ich würde sagen, wir nehmen einfach mal eins mit. Schub auf 50%. Bestätigt 50%. Mal ein bisschen Abstand gewinnen. Sonst kriege ich sie eh nicht ins Target. Wir müssen auch die Augen aufhalten nach Piraten. Weil wenn es irgendwo was zu holen gibt, tauchen sie meistens auf. Ich will langsam mal ein bisschen. Drehe mich mal um. Also diese Target-Anzeige funktioniert mal wieder überhaupt nicht so, wie sie soll da rechts unten. Mit dem gelben Fadenkreuz. Ich glaube, wir orientieren uns jetzt wirklich eher am Radar. So, und jetzt müssten sie vor uns erscheinen. Jawohl, da haben wir es. Zwei Kilometer. Ich weiß halt echt nicht, was Koltan sein soll. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gummi. Und tun schon mal den Frachtraum öffnen. Eva? Eva? Was kann ich für dich tun, Captain? Ladeluke öffnen. Frachtraum jetzt offen. So. Jetzt seht ihr unten links in meiner Target-Anzeige, wie ich quasi auf dieses Frachtgut zufliege und manövrieren muss. Das muss immer so ziemlich in der Mitte bleiben von diesem Fadenkreuz, damit es aufgenommen werden kann. Und das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, weil da wirklich wieder jeder Millimeter an Maus, wie soll ich sagen, an Mausweg, den man zurücklegt, erzählt und ist höchst sensibel. Können wir noch ein bisschen beschleunigen, bis wir da sind. Jetzt zeigt es schon an, dass wir theoretisch zu schnell sind, aber das macht nichts, weil ich gleich abbremsen werde, natürlich. So, 200 Meter. Kein neuer Kontakt, keine Piraten. Wahrscheinlich ist auch irgendein Scheiß und überhaupt nicht wertvoll. Aber Hauptsache, wir haben halt überhaupt was geladen, damit wir die Spritkosten decken können. So, also langsam gehen wir rein hier. Es ist sogar ziemlich mittig. Sieht gut aus. Impact. Bisschen rechts. Bisschen runter. 40 Meter. Und. Oh nein. Komm schon. Perfekt. Cargo acquired. Okay. Hat jetzt die Ladeluge automatisch geschlossen? Halt mal. Cargo. Oh, das ist gestohlen. Okay. Das heißt, das können wir dann auch auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Sollen wir jetzt die anderen vier auch noch einsammeln? Ich würde sagen, ja. Oder sollen wir weiter nach Gold suchen? Wo schwebt denn der Rest rum von dem Zeug? Das müsste... Ich bin vielleicht wieder genau auf dem Spot. Ah, da haben wir was. Ja, perfekt. Ah ne, die Ladeluge ist noch offen. Also, nehmen wir mit, wenn man hier gerade drauf zufliegen kann. Bisschen beschleunigen. Wir brauchen hier nicht ganz so rumschleichen. Da kommen die Impact-Warnung. Oh, wir müssen... Oh. Ja, Cargo acquired. So. Dann tun wir mal wieder bremsen. Und mit dem Gold funktioniert es genau gleich. Also, man fliegt rum, findet weiße Sachen auf, macht da, hält an, guckt, ob es Gold ist und dann zackt man es ein. So, wo sind jetzt die anderen Dinger? So, jetzt drehen wir uns einfach mal um 180 Grad. Und dann müsste es eigentlich mit dem gelben Zielsystem... Oh, da ist es. Perfekt. Ein Kilometer. Gib Schuh, Baby. Und ins Fadenkreuz damit. Das Problem ist, wenn man beim Gold sammeln genauso lang braucht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Piraten da sind. Weil letztes Mal, als ich diese vier Golddinger eingesammelt habe, da sind gleich zwei Kobras auch in das System dann gesprungen, wo ich war. Und es war schon ziemlich hektisch. Da habe ich mich natürlich nicht so dumm angestellt. Bin gespannt, was Coltan wert ist. Wahrscheinlich ist nichts wert. Oh ja, 300 Meter. Schön zentral halten. Wir fliegen übrigens an dem anderen hier vorbei, so wie es aussieht. Das heißt, wir können dann gleich wieder wenden. Oh, oh. Boah, nice. Okay, und dann tun wir mal gerade anhalten und drehen uns um 180 Grad. Dann müssten wir es eigentlich direkt vor der Linse haben wieder. Ja, da ist es. 300 Meter. Perfekt. Das nehmen wir noch mit. Und dann springen wir mal Richtung Freeport schon und suchen dann nochmal ein paar Signale ab. Vielleicht finden wir ja echt noch Gold. Dann werfen wir dieses komische Coltan auf jeden Fall heraus, was auch immer sein mag. Gold ist auf jeden Fall wertvoller. Impact. Okay. Jetzt kriegen wir ja auch die Warnung, dass unser Laderaum eben voll ist. Das heißt, wir müssen jetzt rein theoretisch zurückfliegen und verkaufen. Ladeluke schließen. Frachtraum geschlossen. Okay. Was bist denn du? Wie heißt eigentlich der Planet? Oh, ich bin... Ich habe den Schub aktiviert. Das war keine Absicht. Wie heißt eigentlich der Planet da vorne? Bist du das? Ja, das bist du. Hyperantrieb aktivieren. Antrieb aktiviert. Wir müssen noch beschleunigen. Ich glaube nämlich, dass das Gold eher um den Planet rumkreist. Also letztes Mal habe ich es in der Nähe von seinen Ringen habe ich es gefunden. Oh ja. Oh Gott. Oh Scheiße. Das war knapp. Was haben wir hier? Seid ihr unten? Ja. Ne, du bist Extraction Side. Was bist du? Du bist Freeport. Ja, da sind wir jetzt schon ein bisschen zu nah dran wahrscheinlich, ne? Jetzt warten wir mal ab. Vielleicht finden wir ja noch eine Signalquelle. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann gehen wir halt zurück nach Freeport. Verkaufen dieses komische Zeug, was wir da gefunden haben. Verkaufen dieses komische Zeug, was wir da gefunden haben. Oh Gott, wir werden von Piraten angegriffen. Wir sind aus dem Hyperraum geflogen und werden von Piraten angegriffen. Und natürlich ist der Planet im Weg und wir können nicht schnell genug abhauen. Oh Gott, hoffentlich erwischt er uns nicht. Was ist ein Sidewinder? Hm, okay, auf einmal habe ich nicht mehr so viel Angst. Und er schießt auf uns. Oh, komm schon, zieh! Ausweichmanöver. Oh Gott, da war er. Ah, zum Glück kommen wir weg hier. Das ist natürlich immer das Problem in diesen anarchischen oder anarchistischen Systemen hier. Okay, das passt. Dann, bitte, Freeport! Lock Destination. Wo haben wir's? Da oben. Nein, zu dir fliege ich nicht mehr. Garstiege Sonne. Resource Extraction Route auch nicht. Freeport! Können wir schon ein bisschen Gas geben. Hoffe ich doch. Hier sollte er ja jetzt dann wieder automatisch verlangsamen. Rein theoretisch. Slow down. Wir sind zu nah am Planeten. Da habe ich recht. Komm schon. Weg von dem scheiß Planeten. Oh Gott, wir kriegen schon eine Proximity-Warnung. Nein! Dropping too close. Fuck! Fuck this shit. Wir müssen hier weg. Ist der Pirat oder da? Ne. Sehr gut. Volle Energie auf Antrieb. Bestätigt. Motoren erhalten volle Energie. Perfekt. Das ist halt immer noch zu langsam für 12.000 Kilometer. Wir müssen... Ah, perfekt. Problem gelöst. Ready to engage. Align with Escape Vector. Wo haben wir ihn? Den Escape Vector. Ich sehe ihn jemals. Ah, da, das Blaue. Woop, 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 woop. Okay, wir werden schon da viel zu schnell. Viel zu schnell für Freeport. Da haben wir Freeport. Wo ist der scheiß Planet? Da ist der scheiß Planet. Oh, jetzt hätten wir sogar noch die Chance, hier vielleicht Gold zu finden. Wir sind in der Nähe des Rings und alles. Kann ich mal... Was bist du? Da. Und drop. Haben wir es auf dem Radar? Nope. War das keine Unidentifizierte? Doch, war es doch, oder? Ich habe gar nicht richtig geschaut. Ich bin so schnell rausgegangen. Naja, Wayne. Gehen wir mal wieder Richtung Freeport. Jetzt waren wir so schön auf dem Weg. Ich war wieder so gierig und wollte unbedingt nachschauen. Nein. Wo ist denn Freeport? Lock und Supercruise. Ready to engage. 4, 3, 2, 1. Bam. Oh Gott, bin ich froh, wenn wir da wieder angedockt sind. Das gibt auch wieder so ein Manöver nachher. Hoffentlich ist das was Wertes Zeug. Okay. Im Moment. Okay. Okay. Das ist alles. Oh Gott. Oh Gott, beim Spur. Oder ich will das nicht zu. So, wir sind, glaube ich, gut rausgekommen. Sobald da unten dieses Safe Disengage steht, kann man eigentlich rausdroppen. Und da sind wir bei Freeport. Oh Gott, wir haben noch die volle Energie auf dem Antrieb. Müssen wir aufpassen. Ich darf mal da reinrasen, wie die Blöden. Ich sehe die Achse, aber ich sehe nicht den Eingang. Ist das da unten der Eingang? Ich glaube eher, dass da oben der Eingang ist. Vollspeed hier. Kopfmodus aktivieren. Oh, ich sehe nichts. Mein Rumpf ist im Weg. Ich sehe null. Oh, da ist das doch der Eingang da unten. Man sieht es nicht genau, ne? Das könnte sein. Da ist so ein Loch. Oh, und da ist Licht. Doch, ich glaube, dass das der Eingang ist. Das wäre ja mal ein Glück, wenn wir beim ersten Mal gleich die richtige Seite erwischen von diesem Ding. Ich habe übrigens immer noch kein Docking-Makro geschrieben. Nicht fauler Hund. Ja, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, da sehe ich das Hangar. Wupp, wupp. Fliegen wir jetzt mal ganz easy peasy hin. Energieverteilung normalisieren. Okay, das war es nicht. Energiehaushalt normalisieren. Schon erledigt. Danke. Manchmal weiß ich selber nicht mehr, was ich alles für Befehle beigebracht habe. So, und jetzt fliegen wir mal, bis wir hier genau drunter sind. Oh, 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 okay. Oh, das ist schon relativ gut. Landehilfe ausfahren. Ah, Landehilfe aktivieren. Fahrwerk ausgefahren. Landehilfe aktiviert. So, und dann fragen wir, ob wir docken dürfen. Und wir dürfen an Dock 13. Wir haben 10 Minuten Zeit zum Landen. Oh, nein. Komm schon ein bisschen weiter. Links. Nicht so weit, nicht so weit. Nicht, nicht, nicht. Ah. Na gut. Ab geht da der Peter. Hoffentlich kommt da jetzt keiner raus. Das wäre zu lustig. Oh, was macht er? Was macht er? Nein, das war so klar. Oh, fuck you, Alter. Und jetzt hängen wir hier fest, oder was? Komm, rückwärts schuf. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Das könnte funktionieren. Alter. Wir fliegen rückwärts rein. Wie krank ist das eigentlich? Oh Gott. Schiff anhalten. Bestätigt. Bremsmanöver eingeleitet. Ja, da haben wir es schon. Das ist einer von den Hotkeys, die ich noch richtig belegen muss. Okay. Lande-Doc 13. Ja, wir drehen uns so. Das geht schneller. Wupp, wupp. Was bist du? Bist du schon 13? Sieht das für euch aus wie 13? Ich glaube, das sieht aus wie 13. Das ist schon aber eng hier am Eingang. Das ist scheiße. Oh Gott. Das ist echt 13. Das ist total am Anfang. So ein Bullshit. Und bremsen. Nein, nicht negativ. Genau 0, bitte. Achso, das geht ja nicht. Schiff anhalten. Oh, jetzt, wo ich es gebraucht hätte. Na gut. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen runter. Okay. Wir müssen weiter rechts. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und? Oh Gott, ist das immer ein Stress, hier zu landen. Ja, Baby. Erfolgreich gelandet. Okay. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man die illegalen Waren, äh, illegalen, illegalen Waren verkauft. Und zwar, ähm, gehen wir zu den Starport-Services. Und wie gesagt, für Gold funktioniert das genauso. Also, wenn ihr Gold gefunden habt, Gratulation. Ich habe nur irgendwas Garsteges gefunden, was ich nicht weiß, was es ist. Ähm, auf dem Commodities-Market könnt ihr eben legale Sachen verkaufen. Aber, weil wir in einem anarchischen, anarchistischen, was auch immer, System sind, können wir unsere Freunde vom Schwarzmarkt kontaktieren. Das machen wir. Was haben wir dabei? Coltan. Ich weiß immer noch nicht, was sein soll. Wir kriegen pro Stück 580 Credits. Das ist nicht gerade eine tolle Ausbeute. Ähm. Und wir verkaufen 4 Stück für 2320 Credits. Besser als nix. Schwupp. Transaktion complete. Ihr seht, unser Laderaum ist wieder leer. Wir haben eingekauft. Haben jetzt 21.200 Credits. Ähm. Was wir jetzt natürlich machen, ist, wir tun unsere Energie wieder aufladen hier. Fuel. Aber das kostet nur 4 Credits. Also, da kommt man wirklich günstig davon. Einfach, dass ihr mal eine Relation habt zu dem Vermögen, was wir jetzt schon aufgebaut haben. Munition ist voll. Wir haben nix verballert. Auch das Schiff hat komischerweise nix abgekriegt, obwohl wir vorher mit jemandem zusammengestoßen sind. Ähm. Wie wird's denn weitergehen jetzt? Wenn wir ein bisschen Gold gefunden hätten und das vielleicht auch 3- oder 4-mal, dann könnten wir jetzt zum Shipyard. Oh. Und wir könnten uns rein theoretisch sogar schon eine Igel kaufen. Ähm. Die Sache ist die, wenn ihr diesen Kurs weitermachen wollt, dass ihr im Universum rumfliegt und Sachen einsammelt und die dann verkauft, dann würde ich euch einen Hauler empfehlen, weil er hat einen großen Laderaum. Eine Igel? Ich weiß nicht. Oh. Da muss man sich jetzt gleich entscheiden, ob er es kaufen will. Bei Igel. Komm, was machen wir sonst mit dem Geld? Einkaufen. Bam. Ich hoffe, die hat einen größeren Laderaum. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall von Piraten gern geflogen wird. Das heißt, sie hat wahrscheinlich gute Waffenplätze oder so. Ich bin gespannt. Es lädt eine Stunde. Zwei Stunden. Und da haben wir unsere Igel. Nice. Nice and easy. Ähm. Auch 0 von 4. Okay. Das heißt, vom Laderaum her haben wir uns nicht verbessert. Puls Laser haben wir nur einen. Müssen wir alles mal ausprobieren. Da muss ich mich natürlich jetzt auch erst reinfinden. Aber so wie es aussieht, ist es auf jeden Fall wendiger. Ich bin gespannt. Okay. Meine lieben Freunde, das war es von mir für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, denkt bitte dran, es zu bewerten, zu kommentieren. Eva. Was kann ich für dich tun, Captain? Verabschiede dich von den Zuschauern. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal auch wieder rein. Genau. Hoffe ich auch. Wir sehen uns wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.